Draußen wird's jetzt öfter geholzt, weiß wird's schon hier und da der Wald. Uns ist egal, ob sie die Leute in die Geschäfte da rennen, weil der zuckersierse Punsch am Christkindlmarkt ist all over a renner. Bin ich in Deutschland, Kroatien, Frankreich, Rumänien, Ungarn, Schweiz, Norwegen oder Schweden. Weihnachten komm ich's aus, das ist ein schönes Leben. Vor lauter Training hätten wir fast vergessen, auf das gute Weihnachtsessen. Geschmückt und fertig steht der Bam, jetzt hab ich's im Kreiz. Training? Ich glaub ich dran. Wer kann nun lindern unser Leid? Physio Jürgen, steht's bereit. Geschenke einpacken, das ist schwer. Mischa, seine Technik hilft dir sicher sehr. Denn wenn wir uns im Training mit den Würfen plagen, nicht verzagen, Mischa fragen. Unser Weihnachtsgeschenk haben wir vorab gemacht. Die Russinnen geschlagen in einer Schlacht. In diesem Spiel waren wir nicht alle brav. Herbert schafft es im Schlaf, das Christkind zu überreden, uns trotzdem Geschenke unter den Baum zu legen. Ein Outfit für Weihnachten, wo find ich das? Ein Tipp, Style over Function, da gibt's sicher was. Der Advent ist nicht überall Brauch. Egal wie du diese Zeit verbringst, wir grüßen dich auch. Ich hör's, ich spier's, es ist soweit. So fühlt sich an die Weihnachtszeit. Wir wünschen dir ein Merry Christmas. Wir wünschen dir ein Merry Christmas. Wir wünschen dir ein Merry Christmas.